Hey! Willst du mit dem Team der Überflüger sein? Teambuildings im Seminarraum sind gut. Teambuildings outdoor und speziell in den Bergen sind spitze, weil da ist nicht nur Kopfarbeit gefragt, sondern durch herausfordernde Aufgaben wird Learning by Doing direkt umgesetzt. Willst du ein super cooles Teambuilding-Event? Kontaktiere mich. Ich bin Katharina, www.mentalfit.ly Und auch sonst, outdoor-events, kontaktiere einfach mich. Ich bin dein outdoor-coach und ich freue mich. Ciao!